der australische dschungel der gefährlichste dschungel der welt zwei prominente jetzt also das sind spinnen drin spinnen und da musst du jetzt durchlaufen innerhalb der zeit zwei minuten hast du zeit ja einmal so im kreis außenrum ja da sind sterne versteckt überall im gras und die musst du finden ja das sind sterne stern ja gut die zeit geht los ja 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 alle beide du hast eine Minute gebraucht, du hättest eine Minute noch frei gehabt du musst dich auf den Boden werfen jetzt, ne? ja soll ich abbrechen? die Spinnen waren schlimm ja du hast dann noch eine auf der Schulter, glaube ich jetzt nicht mehr gut gut ich gehe mal ins Camp ok hey und? wie ist es gelaufen? du bist aber enttäuscht von mir wahrscheinlich warum? ich habe keine Sterne rausgebracht die Blaster sind ich habe alle ja 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 nicht ins Klo fallen